Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich ganz kurz eine YouTuber-Frage beantworten. Hier geht es eigentlich um eine Grundfunktion, die für erfahrene Linux-Ubuntu-User kein Problem darstellen sollte. Aber für Anfänger ist es wohl eine Hürde, die nicht so einfach zu nehmen ist. Und zwar ist die Frage, wie kann ich den Eingang von meinem Aufnahmegerät umschalten. Zum Beispiel von einem ersten Mikrofon zum zweiten. Ich habe hier Record My Desktop laufen, also nehme jetzt gerade mit dieser Software meinen Desktop auf und habe hier im Vorfeld unter diesem Lautsprechersymbol rechte Maustaste drücken Audio-Einstellungen und wir sind hier in unserer Audio-Einstellungen. Hier haben wir die Ausgabe, den Reiter Ausgabe und ich habe gerade mein Sennheiser USB-Headset als Ausgabe gewählt. Ich könnte hier zwischen meinen PC-Lautsprechern und meinem Headset hin- und herswappen. Genauso mache ich das mit dem Eingang. Hier habe ich zwei Mikrofone, wie ihr sehen könnt. Einmal das integrierte Mikrofon von meiner Microsoft Livecam Webcam und eben, mit dem ich jetzt gerade meine Aufnahme mache, mein Sennheiser Headset. Wenn ich jetzt hier hinein zoome, dann seht ihr auch, dass die Aufnahmelautstärke bei mir so in dem mittleren Bereich ist. Das würde ich euch auch empfehlen. Natürlich könnt ihr das erstmal testen. Was ist, wenn ich es höher mache? Ja ganz einfach, das Rauschen und Hintergrundgeräusche werden dadurch vermehrt. So, ich gehe jetzt hier wieder raus und hoffe, dass ich mit diesem kurzen Video YouTubern geholfen habe, diese Einstellungen in Zukunft selber zu tätigen. So, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid dabei.